David Pafson, die Ehe ist ein Bund, was bedeutet das für Scheidung und Wiederheirat? Zuerst möchte ich definieren, was wir mit einem Bund meinen, und ich kann es am besten tun, indem ich es mit einem Vertrag vergleiche. Vertrag ist uns viel vertrauter als Bund, und das ist eines unserer Probleme. Beide sind bindende Vereinbarungen zwischen zwei Parteien und beide sind mit ernsthaften Verpflichtungen und Bedingungen verbunden, und doch ist ein Bund völlig anders als ein Vertrag. Der größte Teil unseres Lebens basiert auf Verträgen, und ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei gleichberechtigten Parteien, die in der Lage sind, miteinander zu verhandeln. Und sie unterzeichnen einen Vertrag erst, wenn ein vernehmlicher Bedingungen vereinbart wurden. Lassen Sie mich das veranschaulichen. Sie wollen eine Immobilie bauen, also suchen Sie sich einen Bauunternehmer, dann verhandeln Sie mit diesem Bauunternehmer, wie viel es kostet, wie lange der Bau dauern wird und viele andere Bedingungen. Und sobald Sie sich auf die Bedingungen geeinigt haben, unterzeichnen Sie den Vertrag. Aber wenn einer von Ihnen sich nicht an die Bedingungen hält, wird der Vertrag null und nichtig. Wenn Sie die Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen, ist der Bauherr vom Vertrag frei. Wenn er das Gebäude nicht rechtzeitig herstellt und innerhalb der Kosten, sind Sie vom Vertrag befreit? Es wurde einvernehmlich vereinbart, weil Sie beide in einer starken Position sind, Sie sind in der starken Position, das Geld zu haben, das er will. Er ist in der starken Position, die Fähigkeit und das Material zu haben, das Sie haben wollen. Sie können also beide verhandeln. Die meisten Geschäfte werden auf Vertragsbasis getätigt, die meisten Dinge unseres Lebens basieren auf verschiedenen Verträgen, mit oder ohne Bedingungen. Nun, ein Bund ist etwas ganz anderes, es ist eine einseitige Vereinbarung zwischen jemandem in einer starken Position und jemand in einer schwachen Position, und deshalb gibt es keine Verhandlungen. Niemand kann die Bedingungen ändern, die vom stärkeren Partner festgelegt werden und die andere Person hat keine Freiheit, außer zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, den Bund anzunehmen oder abzulehnen, aber das ist die einzige Freiheit. Die sie haben, sie können sie nicht ändern. Wie ein Vertrag basiert auch ein Bund auf Versprechen, aber die Versprechen sind nicht das Ergebnis der gegenseitigen Verhandlung. In der Antike eine der häufigsten Verwendungen eines Bundes war zwischen einem König, der ein anderes Land erobert hatte und den Bedingungen, die er dem besetzten Land aufdrückte. Also der Eroberer regelte die Bedingungen des Bundes, und das Volk hatte keine Wahl außer die Bedingungen zu akzeptieren oder abzulehnen, was Rebellion und Revolution bedeutete. In den meisten Fälle akzeptierten sie, weil darin ihr Frieden und ihre Zukunftssicherheit lagen. Also der König Eroberer des Landes würden sagen, dies sind die Bedingungen meines Bundes, akzeptiersd.u. Die einzige Antwort, die sie geben konnten, war, ich werde oder wir werden oder wir werden nicht. Jetzt hoffe ich, dass sie den klaren Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag verstanden haben. Es gibt keine Verträge in der Bibel. Aber eines der Dinge, die die Leute immer versuchen, ist es zu tun, einen Vertrag mit Gott schließen, und das kannst du nicht tun. Der Grund ist sehr einfach. Wir haben nichts, was Gott will. Wir haben nichts, was er braucht. Eine meiner Lieblingstexte ist der Psalm 50, und Gott sagt in diesem Psalm, Wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen. Das ist ein schöner Vers, um uns alle an unseren Platz zu verweisen. Anschließend nennt er die Gründe dafür. Er sagt, die das Vieh auf tausend Hügeln ist mein, und alles Silber und Gold ist mein. Das ist nicht die Beziehung, die du hast mit Gott haben kannst, weil Gott mit niemandem Verträge abschließt. Aber er ist ein Gott, der einen Bund schließt. Und die einzige Beziehung, die wir zu ihm haben können, ist eines seiner Bündnisse. Er legt die Bedingungen des Bundes fest, und wir akzeptieren ihn, entweder sie oder wir lehnen sie ab. Wir können nicht weniger oder mehr tun. Lassen Sie uns jetzt einfach erkunden, weiter, gibt es irgendwelche Bündnisse in unserem Leben? Beginnen wir mit der Ehe. In Gottes Augen ist die Ehe ein Bund. Aber in der modernen, liberalen, säkularen Gesellschaft wird geheiratet, ist mehr und mehr ein Vertrag, eine ausgehandelte Vereinbarung zwischen einem Mann und einer Frau, oder jetzt zwischen einem Mann und einem Mann und einer Frau und einer Frau. Aber es wird als Vertrag angesehen. Wenn die Menschen erkennen würden, dass die Ehe ein Bund ist, würde es niemals eine Scheidung geben, und deshalb keine Wiederverheiratung. Aber das haben sie nicht gesehen. Die meisten Menschen in der modernen, liberalen, säkularen Gesellschaft betrachten die Ehe als einen Vertrag, und daher, wenn eine Partei die Bedingungen nicht einhält, dann ist die andere Partei frei, eine andere Person zu heiraten. Das ist, warum es jetzt so viele Scheidungen und zerbrochene Ehen gibt, mit all dem schrecklichen Folgen für die Kinder in solchen Ehen. Sie glauben also, dass die Ehe offensichtlich ein Bund ist, aber die Welt glaubt das nicht. Das ist einer der Punkte großer Spannungen zwischen Christen und Gesellschaft heute. Es ist ein Bund, und ich habe von einem Mann im Norden Englands gehört, dessen Frau kurz nach seiner Heirat auf die schiefe Bahn geraten ist. Sie endete als Prostituierte auf der Straßen. Seine Freunde sagten ihm, sie nützt dir nichts, lass dich scheiden und suche dir eine Frau, die eine richtige Gefährtin für dich und eine Hilfe für dich sein wird. Wütend drehte er sich zu ihnen um und er sagte, sprich niemals so mit mir über sie. Sie ist meine Frau und ich werde sie lieben, solange noch Atem in ihrem Körper ist. Kurz nachdem sie an ihren schlechten Wegen gestorben war, und als sie im Sterben lag, war er da, seine Hände in Liebe und Gebet über sie ausgebreitet. Das ist eine Bundesehe. Es ist kein Vertrag. Es gab allen Grund, warum er vom Vertrag hätte frei sein können, aber er weigerte sich, es anzunehmen, weil er seine Ehe als einen Bund vor Gott ansah. Siehst du den Unterschied?